Stürmer Foul gepfiffen. Ich bin nicht aus, da war die Spielerin selber etwas verwundert. Maige Schult geht jetzt an den Kreis. Jetzt bemängelt der Schiedsrichter genau das, was der Schwerinner-Trainer vorher angesprochen hatte. Eine 3-2-1-Deckung wird gespielt, das fand hier nicht statt auf Wismarer Seite, da gibt es gelbe Karte gegen die Bank. Und jetzt gibt es einen Einwurf von der Ecke. Und das ist eine Handballweisheit, die wir natürlich nicht zurückhalten können. Ein Blick zum Schiedsrichter erleichtert das Leben. Denn der zeigt dir ganz klar an, es gibt einen Einwurf für Grün-Weiß Schwerin und den Nutzen jetzt gibt die Krölle zum 26 zu 11. einen Einwurf für Grün-Weiß Schwerin. hat sie nicht aufgepasst, der Ball stand natürlich im Kreis, den darf sie natürlich nicht nehmen. und im Gegensatz macht Wismar da raus, dann der Tor 26-12. Da war sie etwas übermütig. Kommt aus dem Kreis, Kitti Krölle will den Ball nehmen, das darf sie natürlich nicht. Wenn sie aus dem Kreis kommt, darf sie nicht zum Ball. Und dann hat sie der Torhüterin wehgetan. 26-12. Der Trainer sagt jetzt auch, die Münchspielerin stand doch da, musst du ja nicht hin. durch den Kreis und Schwerin jetzt in Unterzahl. Und das Durchwechseln bei Grün-Weiß Schwerin geht munter weiter. Schön gestellt, holt den Freiburf. Ja, hat sie doch schön geholt, aber kriegt den Ball nicht mehr im Tor unter. Aber die Abwehr konnte sich formieren. Und wir spielen wieder Wismars Lieblingsspielzug außen lang rechts. Also wir sehen jetzt den Einläufer. Das Spiel auf den Halben und wird der Kreisläufer gehalten. Dann macht Schwerin wieder gut zu, haben sich gut drauf eingestellt auf die Variante. Und der Wurf geht an die Latte und weiter geht's. Und jetzt außen, schlechter Winkel, schlechter Wurf. Klare Worte, der Schiedsrichter ist an die Bank von Schwerin. Und jetzt müssen wir mal den Ball abfangen können. In dessen ist Schwerin wieder voll. Und Grünle gerade von der Strafbank zurückstellt den Block. Und die entscheidende Behinderung, dass der Ball nur an die Latte springt. Manni, was hab ich gesagt? Manni, was hab ich gesagt? Ja, jetzt mit dem Kreis rausgeholt, die Lücke geschaffen. Haben Anne getraut sich nicht richtig rein zu gehen. Und jetzt schlecht vorbereitet er den Wurf nach der Stellung. 26 zu 12 bleibt's. Besserung, wird der hinterher links. Herr Tessi! Herr Tessi! Mal auf Angriff, der Ball weg, deswegen kommt es nicht zum Wechsel, die auf Spariner Seite dann wieder, wenn der Angriff ist. Und da kommt der Ball mit Glück durch, aber das lässt sie sich nicht nehmen. Dritter Treffer, für sie 26 zu 13 und der Wechsel auf der Halbposition. Schöne Variante, mal gestellt, als wenn Krülle werfen würde. Schulte bringt den Ball dann auf die Außenposition, nicht zum Torerfolge, aber das ist eine schön gespielte Variante. Und der Wurf von außen mit etwas Glück im Tor und jetzt gibt es die Auszeit für Grün bei Schwerin. So schnell die Waffen holen die her, die können auch nicht wahr sein. Oder weil die Waffen haben, wenn man mit ihr runterlädelt. Wir spielen, wenn man auch einfallen. Ja? Und dann kannst du deinem Schwerhaken zurückzeigen. Keine Körperspannung mehr, denn kannst du nicht passieren. Ja? 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 Und dann noch was ins Strasenschwein zu werden. Von nichts kommt nichts und auch wenn das Spiel hier nicht mehr um die Entscheidung geht. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist von Wismar immer noch der jüngere Jahrgang. Jetzt gibt es nochmal zwei Minuten gegen die TSG. Jetzt spielen wir auf Sperriner Seite mal Überzahl links. Aus und angezogen. Die Spielerin muss da abspringen. Klacher Wurf gehalten von Krülle. Der Trainer sagt dann Überzahl, das muss man besser ausspielen. Macht die Wismarer Spielerin ordentlich Meter. Vergeht auch ein bisschen Zeit, bis die Überzahl der Sperriner abgegolten ist. Das spielen sie jetzt gut, aber der passt natürlich gegen zwei große Sperriner Spielerinnen. Schwierig zu spielen, hat sie Glück. Und jetzt muss der Konter laufen von Sperrin. Krülle kriegt den und den hat sie klasse verteidigt. Und ja, das haben die Schiedsrichter auch so gesehen. Die haben den Fuß dann gepfiffelt. Das war dann Pech und Maike Schulz mit ihrem neunten Treffer nutzt das zum 27 zu 14. Und da setzt sie sich schön durch und macht das Tor zum 28 zu 14. Der Sprungwurf, da hat sie sich wehgetan. Aber sie steht schon wieder und kann weitermachen. Geh! Ja, gleich gehen, Mädel! Die letzte Minute läuft. Und jetzt gibt's nochmal sieben Meter für die TSG Wismar. Und nochmal den Torwartwechsel. Lisa Rhein nochmal ins Tor für diesen sieben Meter. Keine Chance, der ist sicher drin. Und wir haben noch 13 Sekunden. Nochmal schnell gespielt. Da rennt sie sich fest. Und das war's. Und der Freiburg wird abgelegt. 28. 15. Ende da so das Spiel. Grün bei Schwerin 1 gegen TSG Wismar. Und dann sehen sie dich fest. Und das ist bloß. Ja, schüttel. Schüttel, schüttel. Ja, ich muss jetzt gut. So, so viel. Kann ich nur noch mal weiter mit der anderen Ration, dann muss ich los. Sehr gerne. Ich vergläte.